Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Kassenschlager Tragikomödie. Morgen ist auch noch ein Tag entfacht. Debatte über häusliche Gewalt in Italien. Tragikomödie fuel eine hitzige Debatte über häusliche Gewalt in Italien. Tragikomödie fuel eine hitzige Debatte über häusliche Gewalt in Italien. Ein jüngstes tragikomisches Drama in Italien hat eine heftige Debatte über häusliche Gewalt entfacht. Mit steigender Tendenz häuslicher Gewaltfälle in dem Land haben Künstler versucht, mittels Kunstformen wie Theater und Film auf die Krise aufmerksam zu machen. In dem fraglichen Stück wird häusliche Gewalt in humorvoller Weise dargestellt, was bei Zuschauern und Aktivisten gemischte Reaktionen hervorrief. Während einige das Stück dafür loben, das Bewusstsein für ein lang ignoriertes Problem zu schärfen, kritisieren andere es als trivialisierte Darstellung einer ernsten Angelegenheit. Wir müssen dieses Problem aufgreifen und die Aufmerksamkeit darauf lenken, sagte ein bekannter italienischer Kunstschaffender. Aber es ist wichtig, dass wir das mit Sensibilität und Respekt tun. Quelle BBC News. Das Stück, dessen Titel nicht genannt wird, soll nach Aussage der Produzenten eine Konversation über häusliche Gewalt anregen. Ihre Intention sei es nicht, das Problem zu bagatellisieren, sondern es in ein Licht zu rücken, das es den Menschen ermöglicht, darüber zu sprechen und es anzuerkennen. Das Drama kommt zu einer Zeit, in der Italien nach Berichten, dass häusliche Gewalt während der Covid-19-Pandemie zugenommen hat, unter intensiver Prüfung steht. Dies ist ein Trend, der weltweit beobachtet wird. Und die UN hat die Situation in Italien als Schattenpandemie bezeichnet. Quelle UN Women. Kritiker des Stücks glauben, dass die tragikomische Darstellung des häuslichen Missbrauchs das Problem nur verschlimmert hat. Dies ist ein ernstes Problem und sollte als solches behandelt werden. Humor als Werkzeug zur Sensibilisierung kann in diesem Kontext kontraproduktiv sein, sagte ein Sprecher einer Frauenrechtsorganisation. Quelle The Guardian. Die Debatte wirft ernsthafte Fragen zur künstlerischen Freiheit und zur ethischen Verantwortung der Künstler auf. Es zeigt auch, wie dringend eine breit angelegte und effektive Kampagne gegen häusliche Gewalt gebraucht wird. Autorin Anita Farke, Donnerstag, 4. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017